Howdy, friends! Es geht weiter bei Fallout New Vegas. Und da sind wir stehen bleiben. Im Saloon. Was war der Plan? Weiß ich gar nicht mehr. Das haben wir sonnig. Prim ist eingeknickt und hat die R&K-Herrung... Ich halte Ausschau nach den Pulverbanditen und treffe Sie und Ringo, wenn es an der Zeit ist. Chevin, bräuchte ich Kohle. Hat du gearbeitet? Nein, nicht in Good Springs. Wenn Sie auf altes Zeug scharf sind, gibt es hier jedoch das Schulgebäude. Das meiste da drin dürfte Schrott sein. Aber es gibt einen alten Safe, den nicht mal Easy Peat mit seinem Dynamit aufbekommen hat. Wenn Sie es mal versuchen wollen, nehmen Sie die hier. Ein Magazin über Dietrich. Wenn das Schloss zu viel für Sie ist, dann hilft es vielleicht, wenn Sie mal das Magazin durchlesen. Ich helfe immer gern, wenn jemand mal Pech hat. Bis zum nächsten Mal. Der Good Springs Schul-Safe. Mehr bitte nicht mündlich. Das Schulgebäude. Und, wo war das? War das nicht da? Nein, war es nicht. Das war der Onkel Tock. Da hinten Haus der Andere. Das einmal, wie schaut es aus? Monizontechnisch. Elf Kugeln. Mehr nicht, oder was? Da 24 Schuss. Ich glaube, da sind wir ein bisschen knapp dran. Aber erst einmal zum Schulgebäude. Ich meine, das ist älter nicht. Wir haben ja Zeit. Ich meine, da können wir ruhig 400 Folgen rumtrotteln. Juckt doch keinen. Wer haust du? Da hat ein Radio zusammengeschlagen. Ich bin safe. Fähig, kein Fucht. Ja, gut. Lauter Krippel. Wobei, Duschi. Bitte, Tronk. Gegengift. Red Axe. Steampack. Kann es brauchen. Patronen. Ich bin hier mit. Ich meine, aus Duell sind wir noch ein bisschen knapp dran. Boom, das war die Schule. Ich glaube, da habe ich mich Kräuter gesammelt, oder so. Der Schul-Safe. Das war ein. Fähigkeit 25. Und die habe ich nicht. 23. Achso, das ist nicht. Aber, Dietrich und Truh. Plus 10. Hauptrechner auf F. 18%. Werte funktionieren. Aber so geht das. Stealth-Boy. Moment, haust du doch. Ein paar so Kleinigkeiten, gell. Das tut mir nicht besser als gar nichts. Beide auf, das war der Victor. Ich habe die Blechkübe. Wir schauen aus mit meinen Aufgaben. Ich habe da sicherlich was zu tun, oder? Der Silo. Haut noch nicht hin. Mojave Drive-In. Befindet sich? Dort drunter. Was sagst du denn? Schauen wir da drunter. Was sagst du denn? Schauen wir da drunter. Ich habe mich mit den Banditen ausgetobt. Die sind über mich hergefallen. Wie die Heuschrecken. Oh, was möchtest du denn tun? Geht nicht mehr. Ich habe nicht die Kuh. Ein Mitglied der Schakale. Geht nicht mehr. Nicht ein Mitglied der Toten. Mit dem Bleirohr. Geht nicht mehr. Schaden 13. Und was ist denn? Bei den Nachkampf auf die Urns. Nogelgewehr. Sieht mal auf die Simge. Oh warte mal. Auf der Achtungswand ist. War das meine Heilung? Ich meine schon, oder? Ja und? Wo wollt ihr hin? Da oben. Und die Rede war von einem Autokino. Seht ihr da ein Autokino? Ich weiß nicht, warum. Ein Feind, genau von meiner Nose. Der ist Würstel. Möcht nicht nur von mir. Ausgewürstelt. Ich habe ihn gemeint, hat er mitternacht. Ich glaube, da wird er noch nicht los sein. Scheiße. Schnelle Rennen kann ich rein gehen. Maximal-Tempo. Also ich mag mich nicht. Oder sie. Geh da blödig hoch. Und weg geht's da blöd Sinn. Zehn Millimeter. Ganz gut. Ein Bier. Sauwertum. Ich meine, ich safe nichts mehr. Der ist vergangen. Ich bin. Wo ist es? Ein. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Auto, Gino! Was flotter do? Da rennen die Gredon rum? Oh ja, we drive in! Oh, das ist ein Satelliter oder was? Oh, Mitternacht, aha, vielleicht sollte ich ein bisschen warten, sag du dazu. Oha, ja, was bist denn du? Oh, du gehst am Rissen. Nimm mal aufs Ratte. Noch mehr Ratten? Vielleicht sollte ich? Ich sollte dir eine kurze Pause erlegen. Das ist ein guter Plan. Nehmen wir gleich. Was haben wir? Halb bis sechs. Das hat wohl über sechs Stunden, oder? Dann muss das gelangen. Aha, da stehe ich ja. Geh mit nach der Vorstellung. Und der bei der Ratte. So, welcher Horrorfilm wird da drüber resendiert? Der Old World Blues. Stufe 15. Welche Stufe bin ich? Stufe 6, oder wohl? Ich glaube, ich warte noch. Kein guter Plan, meine ich. Stufe 6. Scheiße. Ich bin noch guter Hälfte drunter. Das bedeutet, anderer Plan. Die Quelle. Wo ist denn diese? Die befindet sich. Mehr da hinten. Der verlassene Bruderschaftsbunker. Scheiße. Das bedeutet einen großen Fußmarsch. Ja gut. Ich laufe mal rum, geh. Ich glaube, da kommt mir eh nicht aus. So, was wird da so geboten? Bei den Happy Campern. Leiter Pixen. Erfolgschießende Matratzen. Lotte Rischern. Er hat da noch die Camperschüe. Er hat auch hier. Er hat auch hier. Er hat auch hier. Aber die Gnarrwee da. Lasergewehr. Da brauchst nix. Rüstung null, geh. Mein, ich brauchst nix. Lotte Rischern. Lotte Rischern. Lotte Rischern. Ich glaub, die haben uns zuletzt repariert, oder? Kann ich sein? Lasergewehr. Zustand beschissen, geh. Scheiße. Gleich können wir's richten. Welcome to Nevada. Nipton. Wie das Leibtom brennt. Hallihallo. Ich bin da oben. Ein Putzmittel. Wir brauchen uns. Heilung? Auch nicht gut. Ich brauchte meine Steampacks. Halt wieder die Endfalleitritt. Wer wackelt doch? Du Heiliger. Bei der Torhoma? Wo sind sie? Todeskrollenkäfig. Ich glaub den los ich lieber zu. Mach hätte. Bring Geld ein. Ein Helm? Nehmen wir mit. Ein Ohrwaschel? Brauchen wir nicht. Bei der Pixenfutter? Nehmen wir mit. Ein Steampack. Du Heiliger. Meine Schüße. Diese Säcke. Für den Stolperdraht überlebe ich das? Weitermal. Jetzt hab ich meine Aufnahme an. Passt. Und der Safety Grimm ab, oder? Pity Millimetergranaten. Jawohl. Herr Kochbier. Wo ist das denn? Wann sind wir? Wann in die Tür? Das ist brav, oder? hauklau man billiges kumpel ruhig drin wo sie den fall hat aber also irgendwas hat mich getroffen tp brauchen wir fleisch und bohnen einen damit hat So, was soll ich denn da geben? Schotten. Zerstört das Buch. Aber ich glaube, ich sollte besser passen, oder, wo ich dran bin? Diese Herrschaften nehmen noch gerne mit. Fleisch und Bohnen, hör damit. Da unterliegt er die Hosen. Ein Steak. War kein kleines Hupf, Frisiertum. In meiner Not. Nippenhol. Da wollte ich noch nicht drin gehen. Eine Truhe. Mit Muni. Korken. Ein Bügeleisen, das brauchen wir nicht. 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 Cram. Frisieren wir zusammen. Ein Gekko-Steak, frisieren wir auch. Zwei Kattel am Stiel. LGM, so ein bisschen. Mein Zustand ist in dir. Schau dir, wie es blöd geht. Hier liegt er. Aber meine Beine, glaube ich, sind im Arsch, oder? Zerschossen von einer Mine.